Letzte Vorbereitungen vor dem Start zur Barfuß-Wandertour. Startpunkt für Rainer Graf und seine Begleiterin Christine Hefele ist die Burenhütte in Wertach. Zur Reuterwanne soll es gehen, eine Wanderung von rund drei Stunden. Ich gehe seit Jahren barfuß und ich habe auch schon seit Jahren überlegt, was könnte man für das Kinderhospiz St. Nikolaus tun. Ich habe gedacht, du kannst jetzt runtergehen und einfach einen Hunder da hinlassen, ein schönes Foto machen, wieder heimfahren. Das war aber nicht meins. Also jeder muss halt seins finden, was für ihn richtig ist. Und für mich war es dann irgendwann klar, nachdem alle von Barfuß-Reden gesprochen haben, die ganzen Medien, Barfuß-Schuhe, Barfuß, haben wir gedacht, vielleicht ist jetzt die Zeit, einfach barfuß irgendwas Verrückteres zu machen, um die Aufmerksamkeit aufs Hospiz zu lenken. Angefangen mit dem Barfuß-Wandern hat Rainer Graf, nachdem er innerhalb von sieben Monaten 60 Kilo abgenommen hat. Das hat seine Einstellung zum Leben, zur Umwelt und zu den Mitmenschen nachhaltig verändert. Eigentlich ging das mit dem Abnehmen so problemlos, ohne Zusatzsachen, dass man dachte, irgendwie musst du dich beim Universum ja erkenntlich zeigen. Für das neue, freiere, leichtere Leben. Und dachte, irgendwas musst du machen. Und dann kam das Kinderhospiz irgendwie mit dazu. Und da hat sich das dann ergeben und haben gedacht, das ist es. Mir ist bloß nicht klar gewesen, wie. Und das ist mir halt jetzt klar, seit 2019 mit Barfuß-Herz. 2019 ging er deshalb barfuß über den Meraner Höhenweg. Weil im Zuge dessen viele Spenden im Kinderhospiz eingingen, wollte Rainer Graf unbedingt weitermachen. Allein letztes Jahr sind rund 11.700 Euro an Spendengeldern nur wegen ihm eingegangen. Wegen Corona will er dieses Jahr mehrere Eintagestouren barfuß absolvieren. Wir haben keine andere Zukunft außer unsere Kinder. Und da habe ich mir gedacht, was tut man für Kinder? Und dann bin ich aufs Kinderhospiz gestoßen und denke mir, es ist schon brutal, wie ganze Familien jeden Tag aus Zitrone Limonade machen müssen mit einem schwerstkranken Kind. Und wie toll dieser Ort ist, wo sie einfach mal ein paar Tage die ganze Familie zur Ruhe kommen kann. Also das ist faszinierend. Und diese Entlastung für solche Familien, das war mir einfach ganz wichtig. Und wie gesagt, es gibt nichts Besseres wie ein Kind. Begleitet wird er bei einigen dieser Touren von Christine Hefele. Sie arbeitet ehrenamtlich im Kinderhospiz in Bad Grönenbach. Dabei bemerkt sie immer wieder, wie die Barfuß-Touren bei anderen Wanderern zum Nachdenken führen. Ich sehe es halt oft, wenn ich hinter ihm laufe und er läuft ja mit seiner Fahne und wie die Leute dann gucken. Und wie sie so miteinander reden, wollen wir jetzt was sagen, trauen wir uns das, wollen wir über dieses Thema überhaupt sprechen. Das habe ich schon mitbekommen, ja. Dass da die Angst der Menschen so sehr groß ist, sich auf dieses Thema einzulassen. Die gesammelten Spenden gehen direkt ans Kinderhospiz. Darauf legt Rainer Graf größten Wert. Deshalb hat er kein eigenes Spendenkonto, sondern verweist direkt auf die Konten von St. Nikolaus. Die gesammelten Gelder erlauben es Familien, trotz einer schlimmen Diagnose, einige glückliche Momente mit ihren Kindern erleben zu können. Die Spendengelder, die im Hospiz ankommen, die sind also hauptsächlich dafür da, den Familien eine Auszeit möglich zu machen. Die schwerstkranken Kinder sind natürlich weitgehend von der Krankenkasse abgedeckt. Aber die Familien und die Geschwisterkinder eben, um da eine Möglichkeit zu haben, mal eine Auszeit zu bekommen, ist nur über Spenden finanzierbar. Und das ist halt auch eben alles der Hintergrund, warum man Barfußherz überhaupt macht. Weil das ist schon wichtig. Barfußherz ist der Name, unter der Rainer Graf mit seinen Aktionen in sozialen Medien auf das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grünenbach aufmerksam macht. Und für das er jetzt noch ein paar Stunden barfuß und teilweise auf Schottersteinen unterwegs sein wird.